Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein sehr hübsches und sehr einfaches Muster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1 plus 2 Randmaschen und 2 Musterreihen besteht. Dieses Muster ist auch sehr gut für Strickanfänger geeignet. Ich habe 17 Maschen auf meiner Nadel, 17, weil wir gesagt haben teilbar durch 2, ich habe es mal 7 genommen, das sind 14, plus eine Masche, die ich einmalig aufnehme, damit das Muster aufgeht, 15 und 2 Randmaschen, 17. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheinen. Reihe 1, Randmasche stricke ich rechts und jetzt wie zum Recht stricken in die Masche einstechen und 3 Umschläge stricken. Den Faden einmal um die Nadel wickeln, ein zweites Mal und ein drittes Mal. Die Masche samt den Umschlägen rechts stricken. Die nächste Masche stricke ich links und wieder abwechselnd wie zum Recht stricken die Masche einstechen, 3 Umschläge, 1, 2, 3 und die Masche rechts stricken, eine Masche links. In die Masche wie zum Recht stricken einstechen, 3 Umschläge, die Masche rechts stricken, eine Masche links stricken und das wiederholen wir jetzt abwechselnd bis zum Ende der Reihe. Wie zum Recht stricken 3 Umschläge die Masche rechts stricken, eine Masche links, und die Reihe endet wieder mit der rechten Masche und den 3 Umschlägen und meine Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2, Randmasche stricke ich rechts und nun werden alle Maschen rechts gestrickt. Die Masche rechts stricken und die Umschläge einfach nur fallen lassen. Die nächste Masche rechts stricken, die Masche rechts stricken und die Umschläge fallen lassen. Nächste Masche rechts stricken und auch das wiederholen wir bis zum Ende der Reihe. Die Masche rechts stricken und die Umschläge fallen lassen. Die Masche rechts stricken und die Umschläge fallen lassen. Nächste Masche rechts. Und das ist auch schon unser Muster. Wir wiederholen diese zwei Reihen. Und nach ein paar Reihen sieht das Ganze dann so aus. Ich danke euch wieder für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo und einem Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.